Und Ihr Resümee, ziehen Sie mal ein Fazit? Ja, wir haben, denke ich, wieder einen bewegenden Neujahrsempfang erlebt mit neuen Kampagnen, mit neuen Ideen, die wir vorgetragen haben, unserer neuen Homepage. Und ich denke, mit der Jugendstrafanstalt einen absolut würdigen Träger des Goldenen Fußballs. Provozierend darf ich sagen, ich habe gelernt und festgestellt, besonders gute Fußballer wären häufig straffällig. Ja gut, häufig will ich nichts sagen, aber es ist auch eine Aufgabe, sich um die zu kümmern. Insofern, und das macht der Fußballverband seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, wie ich finde. Ich bin jährlich auch zu gemeinsamen Weihnachtsfeiern in der Jugendstrafanstalt. Es ist immer wieder bewegend, wie das auch wahrgenommen wird, diese Kraft des Fußballs letztendlich, die man dort spürt. Und es macht Spaß, mit den Jugendlichen dort zu arbeiten, obwohl die dort sitzen, das weiß man, sind halt nicht für Schwarzfahren dort. Ja, mir hat eben der DFB-Präsident ein tolles Interview gegeben und Berlin gelobt. Also, ich habe in Ihrem Gesicht gelesen, Sie sind ja richtig happy, den Mann hier zu haben. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Er war im letzten Jahr bereits hier, da war er noch Kandidat für das Amt des Präsidenten. Mittlerweile ist er hier wählt und mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat, auch in diesem Jahr zum Neujahrsamfang zu kommen. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein neuer Stil im DFB-Präsidium, halt einen Neujahrsamfang eines Landesverbandes, dem Bundesliga-Auftaktabend in Freiburg vorzuziehen. Habe ich da großen Respekt vor und hohe Anerkennung für Reinhard Grindel. Ja, ich habe keine Garantie von Ihnen bekommen, dass 1924 das Finale und das Halbfinalspiel in Berlin stattfindet. Aber die Garantie für das DFB-Pokalentspiel in Berlin, die bleibt wohl, nicht? Ja, wir haben noch einen Vertrag für einige Jahre und ich bin auch sehr zuversichtlich, was die Europameisterschaft 2024 anbelangt, dass wir auch da sicherlich Spiele hier in Berlin erleben werden. Ich denke, es ist das schönste Stadion Deutschlands, dazu stehen wir Berliner. Und insofern bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ein Highlight werden wird. Es sind noch ein paar Jahre hin, viel Zeit der Vorfreude, auch viel Zeit der Arbeit und der Vorbereitung. Ja, letzte Frage, mehr ein Lob auch unsererseits, das soziale Engagement des Berliner Fußballverbandes, also das ist ja lobenswert. Und Sie sind ja nicht nur Förderer von bestimmten sozialen Projekten, Sie sind ja auch ausgezeichneter. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass die Deutsche Olympische Gesellschaft unser jahrelanges Wirken für das Fair Play in dieser Stadt gewürdigt hat. Das zeigt mir auch, dass all das, was wir tun auf diesem Gebiet, und das ist ja ganz, ganz wesentlich Verdienst meines Vizepräsidenten Gerd Liesegang, dass dieses gewürdigt wird, zur Kenntnis genommen wird. Und ich glaube auch, dass wir es momentan, mindestens was die Hinrunde dieser Saison anbelangt, auch auf den Plätzen spüren. Es ist in diesem Jahr erfreulicherweise fairer. Es gibt weniger Spielerbrüche in der Hinrunde. Ich hoffe sehr, dass das auch für die Rückrunde so bleiben wird, dass dieses immer wieder Appellieren an den Fair Play-Gedanken dann doch irgendwann erfolgreich sein wird. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.